Es erschien, ihn aber ein Engel des Herrn, zur Rechten des reichen Alters, stehend, und als Zacharias ihn sah, war er es bestürzt und Furcht überfiel ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, Führte dich nicht, Zacharias, denn sein Flehen ist er erhöht, und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes, die Yahweh ist gütig, gnadig, heißen. Es ist, dass er ein Engel des Herrn im Päde der Direktor des Altars ist, wenn Zacharias durbte sich und erdete sich von ihm. Wenn du, porém, um Anjo, und Zacharias, wenn du, porém, um Anjo, disse-lhe, ah, disse-lhe, porém, um Anjo, Zacharias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará, Luiz, um filho, a quem darás o nome de João. Sie, ein Engel des Herrn, erschien im Standricht von Raucher Alta. Als Zacharias sah, wurde es beunruhig, und Angst, er fasste ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, führte dich nicht, Zacharias, denn sein Gebet ist erhört worden, und deine Frau, Elisabeth, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihn Johannes nennen. Und das ist erhört als Benny. yourr und der Mann